Wir sind Emi und Chris und wir bauen gerade unseren VWT-3-Bulli um. Denn unser Plan ist es, unsere Wohnung aufzulösen und auf Tour zu gehen. Wo uns die Reise hinführt, werden wir sehen. In dieser Woche wird es sportlich, wortwörtlich gesehen und bildlich gesprochen. Außerdem bauen wir den Gebläsekasten unseres Bullis auseinander, was uns vor eine kleine Herausforderung stellt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ist Donnerstag, der 17.03. Vielen Dank. Und wir haben jetzt Feierabend und haben uns überlegt, dass wir, weil wir wollten ja mehr Bewegung dieses Jahr bei uns reinbringen, laufen gehen. Wir haben uns nämlich neue Laufschuhe gekauft. Das sind meine. Die sind auch schon seit anderthalb Wochen ungefähr da. Aber wir haben es noch nicht geschafft, die auszuprobieren. Unmöglich, wirklich unmöglich. Ich ärgere mich gerade ein bisschen, dass wir so nachlässig waren. Ja gut, wir hatten aber auch echt ordentlich zu tun. Also ich wüsste nicht. No excuses. Ja, da hast du recht. Aber dann hätten wir nachts oder ganz spät abends laufen gehen müssen. Naja, Hauptsache wir kommen so überhaupt mal dran. Ja, wichtig ist durchzuhalten. Ja, das sind Emmys Schuhe. Das sind meine Schuhe. Wir haben nämlich so einen Schuh-Test gemacht, also Laufschuh-Test. Also online. Ja, genau. Man musste da so ein paar Fragen beantworten. Und bei mir kam dann, oder bei uns beiden kam der Clifton 8, was auch immer, raus. Poker, Clifton 8, genau. Keine bezahlte Werbung. Wir wissen ja auch noch nicht, wie der ist. Wir probieren das jetzt. Auf jeden Fall sind die super leicht. Wir hatten sie nur einmal an, bisher hier in der Wohnung und waren schon begeistert. Und wie anders dieser Tragekomfort ist, weil wir hatten beide bisher nur so richtig, ich will es mal sagen, Bello-Schuhe. Und es hat keinen Spaß gemacht, damit zu laufen. Deswegen glaube ich, dass es hiermit deutlich mehr Spaß macht. Und ich bin gespannt, wie ich mit der Große klarkomme. Das wollte ich eigentlich auch noch kurz erzählen. Ich habe nämlich sonst immer eine 37, 38, also schon seit Jahren, seitdem ich gefühlt nicht mehr wachse, dachte ich eigentlich immer, ich hätte eine 37, 38, 37, 37 in Sommerschuhen. Da haben Schuhe am ehesten bei mir gepasst. Aber jetzt haben wir das nochmal genau verifiziert, wie man die richtige Schuhgröße rausfindet. Und es ist so, dass wenn man die exakte Fußlänge in Zentimetern abgemessen hat, sollte man noch anderthalb Zentimeter dazu rechnen. Dann gibt es eine Tabelle, da kann man dann gucken, welche Zentimeterlänge man hat und welche Größe man dann entsprechend hat. Bei mir kamen raus 39,5 und ich war total baff. Anderthalb Schuhgrößen mehr. Das ist so heftig. Ich habe immer eine 37, 38 gehabt und jetzt habe ich eine 39, ein Drittel hier bestellt. Ich habe mich auch sehr schwer damit getan, weil ich dachte, das ist doch viel zu groß. Aber als ich die anprobiert habe, macht das einen guten Eindruck. Und ich glaube, bei Laufschuhen ist das gar nicht mal so verkehrt. Man braucht auf jeden Fall ein bisschen Platz vorne. Wir sind zurück. Ja. Und es war erstaunlich gut. Ja, hat auch gar nicht lange gedauert. Und wir sagten gerade schon so, ey Mann, 25, 30 Minuten, einfach mal am Tag eine Runde laufen gehen. Ja. Das tut doch nicht weh. Es ist alles eine Frage der Prioritäten und das Überwinden des Schweinehunds. Ja. Also es hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Also isoliert betrachtet die Füße. Super cooles Gefühl. Macht echt Bock. Ich meine, Laufen bleibt immer noch laufen. Ja. Aber es macht deutlich mehr Spaß als vorher. Also konditionell hätte ich jetzt auch noch bestimmt drei Runden mehr laufen können. Wir laufen immer so fünf Runden am Sportplatz, laufen hin und laufen zurück. Das ist ungefähr eine Strecke von etwas über drei Kilometer. Dafür haben wir jetzt knapp 25 Minuten gebraucht. Weil wir ja auch aus der Übung sind. Aber ich finde es trotzdem okay. Ich bin damit zufrieden. Wir haben die Strecke auch schon mal in 21 Stunden geschafft. 21 Minuten. Da waren wir jetzt auch nicht super fit. Aber da waren wir regelmäßiger laufen. Und da würde ich gerne mindestens wieder hinkommen. Ja. Auf jeden Fall muss ich sagen, die Schuhgröße ist offenbar meine richtige. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass sie zu groß sind. Am Anfang war es ungewohnt. Ich hatte so kurz überlegt, sterbe ich gleich oder nicht. Weil ich nicht wusste, wo der Fuß endet. Also vom Gefühl her. Aber letzten Endes bin ich sehr zufrieden. Und ich freue mich, dass wir endlich mal uns ein bisschen mehr bewegen. Ja. Also Sport ist schon ein absoluter Endorphine-Booster. Man muss ihn überwinden, wie gesagt. Aber jetzt geht es erstmal unter die Dusche und dann gibt es was zu essen. Ja, ich freue mich mega drauf. Fresh geduscht nach dem Laufen. Kümmer ich mich jetzt ums Essen. Emi ist gerade geduschen. Und heute gibt es nämlich die Reste von gestern. Da haben wir... Ja, was ist das? Ich weiß es nicht. Kartoffeln und grüne Paprika in einer Käsesahne-Senfsoße gegessen. Und da ist noch was von übrig in der Pfanne. Und dazu gibt es von Green Force. Ich weiß, das sind keine echten. Und ich weiß, mein Papa macht auf jeden Fall die besseren. Aber das ist eine sehr gute und vor allen Dingen auch vegane Variante. Das rührt man einfach mit Wasser an. Und ich mache da noch eine Knoblauchzehe rein, oder zwei. Dann schmeckt das noch ein bisschen intensiver. Und die werden dann einfach mit Wasser angerührt. Dann werden sie geformt und in der Pfanne gebraten. Und da freue ich mich jetzt mega drauf, weil ich habe nämlich einen richtigen Hunger. Und das Ganze kommt jetzt für ungefähr 30 Minuten in den Kühlschrank. Und Emi spielt nebenan schon Klavier. Ihr könnt ja mal lauschen. Klingt sehr gut. 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 Das ist meine Lieblingsstelle. Und ich finde, sie macht das schon richtig, richtig gut. Klingt so, als würde es vom Band laufen. Aber sie spielt wirklich. Ich wollte jetzt nicht reingehen, weil dann bringe ich sie aus dem Takt. Und dann, ja, vielleicht ärgert sie sich dann. Deswegen eine kleine Kostprobe für euch. Ich stelle jetzt die Chebabchichi in den Kühlschrank. Und ja, ich muss jetzt auch noch ein bisschen was machen. Zum Beispiel meine News recherchieren für morgen schon mal. Weil ich habe morgen Frühschicht. Und muss ins Büro. Und da muss ich immer ganz früh los. Und deswegen ist es immer besser, wenn ich die News schon vorher recherchiere. Und dann nochmal morgen nach Updates gucke. Von daher werde ich das jetzt auf jeden Fall schon mal machen. Und gleich gibt es Essen. Frühschatz Das war's für heute. Heute ist der nächste Tag. Ich sitze mal wieder am Schreibtisch, mache aber zwischendurch immer eine kleine Bildschirmpause von ein paar Minuten und dann häkle ich ein bisschen und Mowgli hat Bewegungsdrang. Und zwar sind sie für eine Freundin von mir, die ein Baby erwartet. Und ich bin nächste Woche nämlich auch in Berlin und werde sie besuchen und dann ist das ein Geschenk. Ich habe jetzt schon ein paar Socken fertig gehäkelt. Ich habe noch eine andere Wollenfarbe und werde noch ein paar häkeln und dann werde ich noch ein Buch dazu schenken. Ich finde das immer ganz süß, etwas Selbstgemachtes zu verschenken. Und ja, ich habe jetzt schon dreimal Babysöckchen gehäkelt für Freundinnen und das kam immer sehr gut an. Und es macht sehr viel Spaß und ich freue mich, dass ich auch mal wieder was mit den Händen produzieren kann. Ja, jetzt werde ich aber gleich in ungefähr 15 Minuten noch einen beruflichen Zoom-Call haben. Das ist eine Besprechung für ein nächstes Webseiten-Projekt. Ich weiß nicht, was mit diesem Kater los ist. Und danach werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen an Webseiten arbeiten. Und dann werde ich die Bude putzen, denn Christian ist heute wieder im Büro und ich nutze ja dann immer die Gelegenheit, dass er nicht von zu Hause aus arbeitet, weil ich ihn dann nicht stören muss mit Staubsaugerlärm und so. Und um 17 Uhr habe ich so eine Art Vorstellungsgespräch, also es wäre ein weiterer Auftraggeber und dann bespreche ich mit dieser Firma, beziehungsweise mit der Vertreterin dieser Firma, wie wir da irgendwie zusammenarbeiten können, wie ich unterstützen kann. Und ja, habe mich quasi als freie Cutterin, Videografin und Texterin beworben und ich bin ganz gespannt und es wäre ganz cool, wenn das klappt, dann hätte ich eben noch einen Auftraggeber. So sieht der heutige Tag aus. Ich habe, glaube ich, abends auch nochmal einen Zoom-Call. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das schaffe. Und Christian kommt um 17 Uhr von der Arbeit. Mo, die ist jetzt mittlerweile auf dem Schreibtisch. Ich glaube, er braucht ein bisschen Aufmerksamkeit. Die werde ich ihm jetzt geben vor dem Zoom-Call und wir hören uns später bestimmt nochmal. Mo, nicht auf die Socken! Oh, das ist meine Maus. Oh, das ist meine Maus. Oh, das ist meine Maus. Hallo! Ich habe Mediendesign studiert erst, habe dann auch eine Weile als Grafikerin gearbeitet, fand aber Bewegtbild dann ein bisschen spannender. Bin dann zum Fernsehen gekommen, habe dann eine Ausbildung gemacht als Redakteurin und Reporterin und habe da eigentlich, ja, von der Pike auf, möchte ich jetzt mal sagen, dadurch, dass ich erst als Praktikantin angefangen habe und dann Redaktionsassistentin, Produktionsassistentin gelernt, wie man so Drehs aufbaut. Ich habe dann auch eine Weile als Redakteurin und Reporterin gearbeitet und dadurch, dass ich ja schon immer irgendwie neben dem Studium auch sehr, sehr viel gearbeitet habe und auch immer zwei, drei Nebenjobs nebenher hatte, war ich doch schon sehr überarbeitet, sage ich mal, dass ich dachte, okay, jetzt vielleicht mal ein Jahr reisen, weil ich das nie gemacht hatte bisher vorher und habe von dort aus auch nochmal so als Redakteurin gearbeitet. Das war irgendwie ganz spannend für mich auch nochmal, um auch nochmal selbst zu wachsen und auch, um nochmal klar zu werden, was ich eigentlich wirklich beruflich möchte. Und ja, habe dann nochmal das theoretische Wissen im Medienbereich irgendwie vervollständigt, indem ich nochmal ein Studium angefangen habe. Da bin ich jetzt auch noch in den Endzügen, weil ich habe erst nochmal ein Zweifach-Bachelor gemacht, Deutsche Sprache und Literatur und Medienkulturwissenschaften. Und jetzt bin ich im Masterstudium und mache jetzt nur noch die Abschlussarbeit, bin dann fertig und bin seit 2018, September, selbstständige Videografin. Eine Stunde später und ich sitze schon wieder am Schreibtisch. Das liegt aber daran, weil ich bis eben den Zoom-Call hatte, also das Vorstellungsgespräch. Ich habe vorher schon die Wohnung angefangen zu putzen, bin aber nicht rechtzeitig fertig geworden. Deswegen steht jetzt noch aus, die Wohnung zu wischen und das Bad zu putzen. Christian war zwischenzeitlich zu Hause, ich habe ihn zumindest gehört, wie er das Fahrrad abgestellt hat und ist dann nochmal los, um Katzenfutter zu kaufen. Deswegen haben wir uns nicht gesprochen und nicht gehört, weil ich da gerade noch im Gespräch war. Auf jeden Fall lief das richtig gut und ich freue mich sehr, denn so wie es aussieht, klappt das. Ich habe dann also einen weiteren Auftraggeber und das ist sehr, sehr schön, weil ich jetzt ein bisschen kreativere Arbeit dann wieder damit machen würde, weil ich ja aktuelle Webseiten baue und das ist dann schon doch sehr technisch, was auch okay ist. Aber mit dem weiteren Auftraggeber für diese Stelle ist das alles ein bisschen kreativer, wo ich ja auch mehr zu Hause bin. Und ich bin dann freie Redakteurin, Videografin, Cutterin, Texterin, Social Media Managerin, all das als Gesamtpaket, was auch ganz gut ist und auch schön ist, weil ich wirklich in allen Bereichen ja auch eine Ausbildung oder ein Studium schon gemacht habe, beziehungsweise da auch viel Berufserfahrung habe und deswegen hat das die Auftraggeberin sehr gefreut, dass das bei mir alles irgendwie so zusammenläuft und dafür quasi nur eine Person beauftragen müsste. Und ich freue mich da sehr drüber, weil es dann sehr abwechslungsreich ist. Ja, also, so wie es aussieht, klappt das, aber es ist noch nicht so trockenen Tüchern, aber es lief sehr, sehr gut. Ja, jetzt höre ich die Tür gerade wieder. Ich glaube, Christian muss zurück. Ich werde jetzt schnell die Wohnung wischen, wie gesagt, und dann habe ich gleich noch eine Zoom-Call. Ich glaube aber nicht, dass ich das pünktlich schaffe, weil ich will danach noch duschen und unbedingt was essen, denn ich habe jetzt schon großen Hunger und wenn ich vorher nichts esse, dann kann ich mich nicht konzentrieren. Deswegen lege ich jetzt mal sofort los, sonst wird es immer später. Heute ist Samstag, der 19. und bevor es gleich in die Halle geht, gehe ich nämlich nochmal runter in den Keller und stelle ein paar Sachen raus, weil heute ist wieder wunderschönes Wetter und so Samstag, Sonntag Sachen rausstellen bringt echt ordentlich was. Beim letzten Mal ist der Karton ja fast leer geworden. Der steht jetzt noch vor der Tür. Und währenddessen macht Emmi Frühstück? Ja. Mit Zwiebeln? Nein, wir machen Joghurt für uns und ein grüns Smoothie. Da sind noch ein paar hübsche Sachen drin. Unter anderem dieses schöne Hörspiel oder eine Elvis-DVD. Und ich packe da jetzt mal noch neue Sachen rein. Ich habe mal eine kleine Auswahl getroffen. Ich packe mal noch drei Bücher dabei, beziehungsweise hier so ein altes Merian-Heft von Köln. Das ist, glaube ich, aus den 80er oder 90er Jahren. Ein Atlas und hier noch ein Buch, Fire and Fury, Inside the Trump White House. Dann hier ist noch ein Kinderschal von Sean das Schaf. Und ein T-Shirt, noch mehr oder weniger original verpackt. Eine Bastel-Heißklebepistole mit entsprechenden Klebern. Dann haben wir hier noch eine Rasse. Und hier, das sind 365 Sprüche für jeden Tag ein in so einer Dose auf so kleinen Kärtchen. Und ich ziehe mal random einen. Nur jeder sieht nur, was du scheinst. Nur wenige fühlen, wie du bist. Denk mal drüber nach. Das packe ich jetzt in diesen Karton und stelle es auf die Straße. Drapiere das noch hübsch. Und dann hoffen wir, dass das meiste davon weggeht. Jedes Wochenende so ein bisschen. Und irgendwann sind die ganzen Sachen dann auch unters Volk gebracht. Oh, das war ganz schön knapp. Fast war mir die Kamera gerade auf den Boden gefallen, als ich die Sachen hier drapiert habe. Ich habe es jetzt hier alles schön hingestellt. Ich hoffe, dass die Sachen mitgenommen werden. Und dass sie gute neue Besitzer finden. Also es ist auf jeden Fall eine schöne Auswahl an Büchern, CDs und anderen Sachen. Und da sind auch schon die ersten Interessenten. Freut mich. Direkt als ich gehen wollte, kam der erste und schaute. Direkt noch zwei andere. Die packen gerade den Schal aus. Sehr schön. Ja, Emi ist auch schon ganz begeistert. Sie guckt aus dem Fenster und freut sich. Ja, ich freue mich, dass die Sachen alle noch einen Abnehmer finden. So haben andere Menschen noch eine Freude dran. Das freut mich sehr. Ja, mich ebenfalls. Und wir frühstücken jetzt. Oh, das sieht aber schon wieder sehr gut aus. Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt in der Halle. Ja, oder aka Eisschrank. Es ist unfassbar. Draußen sind es 12, 13, 14 Grad. In der Sonne bestimmt 20. Und hier drin ist es einfach wie in einem Kühlschrank. Deswegen werden wir auch heute, wir wollen uns ja, Moment, um unseren Klappenkasten kümmern. Den nehmen wir nämlich mit raus, bauen Böcke auf, packen da eine Palette drauf und stellen uns draußen in die Sonne. Ja, so. Ja, und nicht nur, weil es hier so kalt ist, sondern weil wir eben auch testen wollen, wie es mit dem Staub dann so sich in unseren... Was erzählte ich hier? Wie es sich mit dem Staub verhält und wie sich dieser Staub oder Nicht-Staub auf unsere Kopfschmerzen auswiegt. Richtig. Weil wir ja beobachtet haben, dass wir vermehrt Sonntagskopfschmerzen haben. Und wir vermuten, dass es an dem Boden hier liegt. Und wenn wir jetzt größtenteils draußen arbeiten, also all das, was wir draußen machen können, gucken wir mal, wie wir morgen drauf sind und ob wir Kopfschmerzen haben oder nicht. Ich habe mir auch vorgenommen, auf jeden Fall, wenn ich unterm Auto bin oder nah am Boden, wenn wir nah am Boden arbeiten, dann auf jeden Fall setzen wir eine Staubmaske auf. Weil das ist dann nochmal eine extra Belastung, die nicht unbedingt sein muss. Aber genug gequatscht, wolltest du noch was sagen? Nee, ich freue mich, dass ich nur einen Pullover auf der Fahrt hier an hatte und ich liebe es, dass der Frühling hoffentlich jetzt bald anfängt. Und wahrscheinlich, wenn wir erstmal hier in der Stunde sind, habe ich wieder fünf Pullover an. Aber gut. Wir gehen raus in die Sonne. Auf jeden Fall ist er hier verschweißt. Genau. Und dann gehen wir einfach mal die Naht weiter und gucken, da ist er auch wohl verschweißt. Naja, immer an den Nasen noch. Scheinlich, oder? Genau. Hier ist er aufgebrochen. Genau, das ist kaputt. Das müssten wir dann wieder kleben. Wir versuchen uns gerade tatsächlich mit netter Unterstützung von Daniel diesen Kasten aufzumachen. Aber er ist ziemlich gut verklebt. Und jetzt haben wir die Überlegung, die Klebestellen einfach mal ein bisschen mit dem Heißluftfön heiß zu machen, sodass wir da besser reinkommen. Das war eine richtig Scheißstelle. Wir haben es jetzt auch hier an der Stelle wirklich ein bisschen lädiert. Das ist kacke. Aber es ist so heftig verklebt. Aber wir haben es jetzt hier auch auf. Hier, das muss nochmal rausgezogen werden. Oh, Entschuldigung. Mit vereinten Kräften und nach bestimmt zwei Stunden scheint es mir so, als würden wir den Kasten endlich aufbekommen. Der Christian ist mal weggegangen, weil er keinen Bock mehr hatte. Ja, ich habe nochmal nach unserem Nehmerzylinder geguckt, weil der ein bisschen genässt hat. Den habe ich jetzt nochmal fester gezogen, beziehungsweise die Schraube dahinter. Und dann gucken wir gleich nochmal, ob da noch was rausgekommen ist oder nicht. Aber ich glaube, der sollte jetzt dicht sein. Und da sieht es noch so aus, als würde es noch hängen. Soll ich da nochmal hingehen? Ja! Juhu! Oh! Ja, aber das war, glaube ich, vielleicht ist das uns auch passiert. Ja, bestimmt, oder? Der Kondensator. Das ist das Gebläse. Die Wärmetauscher. Oh, er wollte sich bewegen. Mach nochmal aus. Ja. Aber der sitzt irgendwie fest. Juhu! 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 Ist halt auch eine Frage der Zeit, bis der den Geist aufgibt. Und dann wieder das Teil aufmachen, das Armaturenbrett rausnehmen? Ja. Juhu! Da hast du schon recht gehabt. Also du. Sie hatte von vornherein gesagt, wenn doch die Schwarmintelligenz sagt, und es haben ja viele Kommentatoren und Kommentatorinnen geschrieben, dass wir den einfach auswechseln sollen, weil es ja nur 40 Euro sind oder keine Ahnung, dass es ein guter sein, der ein paar Euro mehr kostet. Und ich meine, der ist bestimmt auch 30 Jahre alt einfach, so wie der auch aussieht. Tun tut das noch, aber ihn dann jetzt wieder einbauen, um dann irgendwie in einem halben Jahr oder einem Jahr zu sehen, dass er kaputt ist und dann müssen wir die ganze Scheiße ausbauen. Und wenn da die dritte Stufe schon so ein Geräusch macht... Den Wärmetauscher wollen wir auch mal jetzt rausnehmen. Der ist hier so ein bisschen, oh, an diesem bröckligen, was auch immer, Dichtband festgemacht. Oh ja, hallo! Oh, wer wohnt denn da? Da wohnen bestimmt einige Tiere. Die armen Dinger. Aber der Tauscher an sich sieht noch gut aus, ne? Ja. Angegabelt. Ja, cool. Dann machen wir jetzt mal die Sachen sauber und dann schauen wir mal weiter. Die Sonne ist weg, wir haben das Tor vorne zugemacht. Jetzt bauen wir hier den Lüfterkasten, Gebläsekasten noch ein bisschen auseinander, das heißt den Motor raus, den Wärmetauscher noch mal raus, machen das Ganze sauber und wir schreiben mal kurz eine kleine Liste von den Dingen, die wir dann bestellen wollen. Hast du ja auch mal einen großen Zettel geholt. Nein, es sind ja nicht viele Sachen, die wir bestellen wollen. Wir brauchen auf jeden Fall ein neues Gebläse. Ich weiß gar nicht, ob da der Kondensator mit dabei ist oder ob man den extra kaufen muss. Werden wir alles sehen. Und dann halt eben diese dicht, diese dicht Moosgummi, was auch immer, Schaumstoffbänder. Wir sind durch für heute. Christian war gerade ganz fleißig und hat die ganze Zeit im Badezimmer hier bei uns. Dann gibt es nämlich auch eine Dusche und Waschbecken, weil das hier eine alte Squashhalle war und hat die beiden Teile schön von Staub befreit. Währenddessen ich hier von dem Wärmetauscher die ganzen Schaumstoffreste irgendwie versucht habe mit einem Cuttermesser abzumachen. Es ist jetzt auch noch nicht restlos durch, fertig, aber ja. Der sieht nach wie vor sehr gut aus. Den wollen wir auch behalten. Wir werden auf jeden Fall den Gebläsemotor ersetzen. Ja, deswegen haben wir den natürlich nicht sauber gemacht. Ja. Aber ja, das... Und die ganzen Schaumstoffteile und alles wird ersetzt. Das bestellen wir jetzt. Dann bauen wir den das nächste Mal wieder zusammen. Hoffentlich, schlussendlich. Ja, wir waren eigentlich recht erfolgreich, weil wir unser Minimalziel erreicht haben. Aber es hat doch sehr, sehr lange gedauert. Also den ganzen Tag ist dafür draufgegangen, weil das Gehäuse sich nicht so einfach lösen lassen hat. Ja. Wir haben super lange rum probiert mit Heißluftföhn und Cuttermesser. Und das war jetzt vielleicht noch nicht die optimalste Lösung, aber mit dem Multitool hat es eben auch nicht geklappt, weil es ist leider kaputt gegangen. Ich weiß nicht, ob Christian das erwähnt hatte. Nee. Ich wollte nur mal zeigen hier, man kann das vielleicht etwas erahnen an den Nasen hier. Teilweise war es doch etwas... Mühselig. Mühselig und auch mit etwas Gewalt, sagen wir mal. Ja, und der Frustraktionsgrad war auch zwischenzeitlich sehr hoch. Ja. Aber ja, wir haben es jetzt hingekriegt und wir freuen uns darüber sehr und das war auch auf jeden Fall nötig, wenn ich mir die ganzen Tierchen, die da drinnen auf dem Wärmetauscherwagen angesehen habe, dann bin ich doch sehr froh, dass wir das auch gemacht haben. Richtig. Ja. Ja, dann fahren wir jetzt nach Hause. Es ist auch wieder schön kalt geworden in der Zwischenzeit. Das ist total krass heute Morgen. Das Schöne ist... Ich stand dich noch im T-Shirt da und jetzt wieder mit fünf Pullovern. Das Schöne ist, es ist jetzt noch hell. Ja. Und das wollen wir ausnutzen, bevor es jetzt dunkel wird. Wollen wir endlich mal im Hellen nach Hause fahren, weil wir sonst immer im Stockdustern nach Hause fahren und das ist natürlich auch was Schönes. Und in diesem Sinne würde ich sagen, beenden wir das Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Zeigt uns das gerne mit einem Kommentar oder mit einem Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und sagen bis dahin. Tschüss.